Hi liebe Moonies, hier ist nochmal ein kurzer Anhang zum Moon Cosmic Podcast Finale. Ich Idiot hab nämlich leider vergessen, Mad-Eyes Creepy Lache am Anfang reinzuschneiden. Also beziehungsweise ich hatte es extra noch gemacht, was ein bisschen lang gedauert hat, aber dann habe ich aus Versehen noch die alte Version ohne das Lachen hochgeladen. Äh, naja, aber er hat sich so viel Mühe damit gegeben, deshalb jetzt nochmal viel Spaß mit Mad-Eyes Ultimativa Creepy Lache. Ich bin das Mad-Eye. Ich bin das Mad-Eye. Vielen Dank.